Es ist Kobold, dies doof. Was machst du hier, dies doof? Hallo, Gas. Jemand hat Farbe an... Nein, falsch. Jemand hat Tiere sabotiert. Da müssen wir mit Farbe ran. Machst du Farbe, ansonsten ich bringe dich um. Das ist eine beeindruckende Tür. Auf jeden Fall eine Kobold-Konstruktion. Deutsche Wertarbeit. Äh, ja. Hey, Micky, du kannst mit Farbe um dich werfen. Wieso malst du nicht diese Zahnräder für dies doof fertig? Dies doof wäre dir dafür sehr... Äh, dankbar. Toll, ich arbeite seit langem am mittleren Zahnrad, also mach nicht kaputt, ansonsten ich mach dich kaputt. So. Okay, wir machen jetzt Zahnrad. So. Zahnrad. Ist doch fertig gemalt, oder? Du hast Tür kaputt gemacht. Das war nicht sehr nett. Verdammt, warum hab ich das getan? Ich weiß nicht, warum ich das getan habe, aber wahrscheinlich ich völlig wahnsinnig geworden bin. Oh nein, hast du das ges... Zahnrad zu reparieren. Scheiße. Oh, es tut mir leid, ich hab einfach... Ich hab nicht nachgedacht. Ich hab... Ich wusste nicht, dass er gleich alles kaputt macht. Oh Mann. Jetzt hab ich Mist gebaut. Ich hoffe, dass uns das für später nicht irgendwas jetzt versaut hat. Na, auf jeden Fall, ähm... Wird uns dieser Kobold wohl so schnell nicht mehr helfen. Naja, was soll's. Egal, wie... Egal, wie... Egal, wie...